Wir drehen hier einen Abenteuerfilm. Lass mich bloß in Ruhe mit diesem Politik-Kram. Du stehst unter Arrest, weil du den Befehl verweiert hast. Und ich bräuchte hier noch eine neue Filmrolle. Hol die Fahne des weißen Mannes! Hab keine Angst! Solange wir uns unter der Fahne des weißen Mannes befinden, kann uns nichts passieren. Feuer! So, Umbau auf Szene 2.1. Feuer! Unsere Filme sind eine Waffe im Klassenkampf. Wo sind die am ehesten verwundbar? Vergesst nicht, wie wichtig eure Mission ist. Stopp! Es darf nicht sein, dass ein Indianerfilm aus der DDR besser und erfolgreicher wird als unsere Westproduktionen, die fast schon Hollywood-Niveau haben. Bist du bereit, mein Bruder? Vorwärts! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.